Der FC Sevilla zu Gast in Dortmund bei Borussia Dortmund, um genau zu sein. Champions League Spieltag 3 plus 1 steht an. Das Rückspiel, nachdem wir ja in Sevilla waren, sind wir jetzt wieder in Dortmund bei ähnlich schönem Wetter, aber nicht mehr ganz so warm. Und ja, es gibt einen Vlog. Jetzt gab es natürlich noch mal ein bisschen Diskussionen um genau dieses Thema und ich verstehe das schon. Ich habe mich jetzt ja auch ausführlich zu dieser Thematik Vlogging im Stadion geäußert, habe da meine Meinung kundgetan. Damit ist von meiner Seite aus alles gesagt. Ich bin eingeladen heute von TFC, von The Football Club, bin also in der TFC-Loge mit am Start und werde von da aus filmen. Aber eines kann ich euch nach wie vor versprechen, ich bin immer noch derselbe Toxi. Loge hin, Loge her. Wir machen eine zweite Süd raus. Ich werde ausrasten, ich werde emotional sein, ich werde Vollgas geben für unseren Herzensvereinbarung der Dortmund. Angekommen sind wir in Dortmund. Wir haben jetzt gerade geparkt. Wir haben noch entspannte drei Stündchen Zeit bis zum Anstoß. Sind ja auch entsprechend ein bisschen eher drin, weil wir eben in der TFC-Loge zu Gast sind. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir mit dem Auto anreisen und wirklich auch direkt unterm Stadion parken können. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich nehme euch natürlich auch mit in die Loge, zeige euch alles. Und ich habe Bock. Ich habe einfach Bock. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Wenn wir das Ding heute gewinnen, Freunde, wenn wir das Ding heute gewinnen, dann haben wir das Achtelfinale fix. Und das muss heute der Plan sein. Ich sage, mein Tipp, ich bin mal gespannt in die Kommentare, was ihr getippt habt. Mein Tipp 2-0. Borussia Dortmund, Kobel the Wall. Wieder im Tor, hoffe ich doch. Moukou macht eins. Und ich sage direkt nochmal der Toni Modest auch. Beide Stürmer treffen. Mal schauen, ob ich recht habe oder nicht. Ich zeige euch natürlich auch gleich mal mein TFC-Line-Up, denn ich habe schon mal eine Challenge fertig gemacht. Nämlich die für den Gruppenspieltag heute am Dienstag in der Konferenz. Blende ich euch jetzt gleich mal ein und dann könnt ihr ja mal kommentieren, ob ihr mitgezockt habt, wie ihr so abgeschnitten habt. Und mein Ergebnis gibt es im Nachgang als Kommentar dann natürlich auch. So, Freunde. Drei Stunden vorher ist schon einiges los auf jeden Fall. Stadion vor Platz. Wir werden jetzt schon mal das ein oder andere Bierchen trinken. Wir freuen uns dann auf leckeres Essen in der TFC-Loge. Ich habe nämlich auch noch nichts zu Abend gegessen. Extra nicht. So, Freunde. Das war eine schwere Geburt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wo wollten wir reingehen? WIP-Eingang Nord. Wofür haben wir die Karten? Für den Eingang Ost. Geografisch relativ schwach. Jetzt haben wir es aber geschafft. So, Freunde. Mitkommen. Rein. Rein geht's. Die Pönas. Ich würde es wieder tun. Ja, ich würde es auch wieder tun. Deswegen sind wir das zweite Mal hier. Da sind wir doch wieder. Rein geht es. Na, hervorragend geht es, wenn man das hier sieht. Schön, wie immer ist es. Da ist es. Alles angerichtet für einen wunderschönen Abend, oder? Auf jeden Fall. Das wird ein Abend, den wird keiner von uns zu schnell vergessen. Direkt Prediction. Was sagst du? 1-0 Dortmund. Es werden heute nicht viele Tore fallen. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, heute wird es ein sicheres 1-0. Und dann sind die weiter und dann sind alle glücklich. Noch ist es wirklich leer. Das sieht gleich dann wieder anders aus. TV-Kamera fast so geil wie meine, muss ich euch sagen. Also meine ist unwesentlich kleiner. Die Süd ist auch noch relativ leer. Wir werden uns jetzt erstmal ein Bierchen trinken, was zu essen organisieren. Und ich bin mal gespannt. Wirklich wenige Tore in 1-0. Im Endeffekt ist es mir scheißegal. Solange wir gewinnen und solange wir sicher im Achtelfinale sind, ist der Rest völlig wurscht. Aber es wäre schon schön, wenn wir zwei oder drei machen. Es ist aber natürlich bei Sevilla auch wieder so. Neuer Trainer. Das bringt immer noch so einen gewissen Schwung mit. Ja, schauen wir einfach mal. Ich lasse mich mal überraschen, wie sie auftreten. Ich gehe schon davon aus, dass der Auftritt ein anderer ist als in Sevilla. Auch wenn es natürlich wirklich brutal war, wie Lopetegui gefeiert wurde von den Sevilla-Fans. Das war schon wirklich atemberaubend. Aber neuer alter Trainer. Schauen wir mal. So Freunde. Stunde vor Anpfiff. Die Südtribüne füllt sich langsam aber sicher. Und ich sage euch, es war ja gegen die Blauen derselbe Blick hier. Aber es ist immer wieder beeindruckend, das zu sehen. Ich liebe unseren Tempel einfach so krass. Wirklich. Das ist einfach das schönste Fußballstadion, was es gibt. Nicht irgendwelche Mehrzweckhallen oder Turnhallen oder sowas. Sondern einfach ein wunderschönes, reines Fußballstadion. Sevilla ist oben in der Ecke heute. So Freunde, guckt euch das mal an hier. Mhh, das schmeckt. Filet top. Ja, super. Ja. Nimm mal die erste Gabel. Ich bin mal gespannt. Ja, machen wir, machen wir. Testen wir das mal. Testen wir mal. Schmeckt. Mittlerweile ist die Süd wirklich voll. Unsere Ultras sind auch schon am Start. TU, DES, mittendrin statt nur dabei. Alles für Borussia Dortmund und auch unser Torhüter Gregor Kobel endlich wieder im Tor. Ich sage euch, Freunde, die Null steht. Die Null steht. Gregor ist zurück. Kobel sowohl. Herr Stärkner, ihr wisst Bescheid. Wie man unschwer hören kann, kommt da auch der FC Sevilla. Schiri-Gespann ist auch im Start. Ja, Freunde, was heißt das wohl, ne? Richtig. Die Mannschaft von Sevilla kommt gerade auf den Rasen. Sevilla hat auf jeden Fall auch ein paar Fans mit, so ist es nicht. Gibt nichts zu holen, Freunde, heute. Gibt nichts zu holen. Es ist einfach nochmal was anderes, wenn du das siehst. Mein Spielverein, Borussia Dortmund schon seit 1909. Bei jedem Spiel von dir, da werde ich sein. Du bist für immer mein Verein. So soll es sein. Ja, Mann! Wenn du auf einen Sinn um. Du bist für immer dein Kind. Du bist für immer mein Liebens. Und du bist für immer dein Kind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Junge, 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 Meine Güte, ey! So eine Scheiße wieder nach Standardsituation, ey! Es ist immer das Gleiche! Kämpfe, 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 und weil wir dich so lieben, gewinnst du dieses Spiel für uns! Mann, ey! Es ist halt wieder eine Standardsituation! Es ist ein Kopfball-Gegentor, das mittlerweile 3-Millionenste, oder was? Ich weiß es nicht! Ach, zackt mich das ab, ey! Komm! Ja! 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 Ja, Junge! Ja! 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 Intensives Spiel! Sevilla auf jeden Fall besser drauf als letzte Woche in Sevilla! Und es ist wieder dieser Trainerwechsel-Effekt! Es ist immer dasselbe! Und es ist mal wieder eine Standardsituation gegen Borussia Dortmund, was ganz Neues ist, kennen wir alle nicht mehr! Aber wir haben Gott sei Dank nochmal zurückgeschlagen! Juuuuh! Hat es auf jeden Fall gemacht! Ausgeglichene Partie bis hierhin! Meine Stimme ist mal wieder Schrott! Und merkt, dass man euch eine Südstribüne hierhin geholt hat! Ja, sicher! Wenn ihr uns hierhin holt, Freunde, holt ihr die Südstribüne hierhin! Scheißegal, wo wir sind! Ich habe es angekündigt! Wir geben Vollgas! Langsbrötchen! Ihr müsst jetzt essen gehen, Freunde! Currywurst ist da! Komm, Junge! Freunde, Halbzeit 2 läuft! Borussia Dortmund hat einmal gewechselt! Tom Roth ist raus! Raphael Guerreiro ist drin! Borussia Dortmund! Internazional! Wir wollen noch mal! Wir wollen noch mal! Siege sehen! Komm hin! Nochmal, nochmal, nochmal! Auf jeden Fall kann ich euch sagen, Leute, in meiner TFC Challenge, die ich natürlich gemacht habe, haben schonmal Jude Beddingham und Mbappé getroffen! Und das machen wir auch! Das stehen wir auch! Alle, 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 alle! Nur der Weltraum will! Unser ganzes Leben! Unser ganzer Stadt! Für uns im Nacken! Endlich! Komm! Komm! Sevilla macht das, was Sevilla immer macht! Einfach hinlegen! Einfach scharflegen! Einfach hinlegen! Ist richtig geil! Faire Sportsmänner aus Spanien! Vamos! Richtig geile Truppe! Mega sympathisch! Ich leg dich noch ein bisschen schärfen. Ich hole dir gleich persönliche Deckel. Was pfeibst du das denn jetzt ab, Mann? Borussia Dortmund trennt sich 1 zu 1 vom FC Sevilla. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, muss man sagen. Aber für beide Mannschaften fairerweise. Sie haben schon ein verändertes Gesicht gezeigt im Vergleich zur Vorwoche in Sevilla. Ein bisschen stärker gewesen. Hatten auf jeden Fall gute Chancen, muss man sagen. Am Ende des Tages können wir uns über das Unentschieden leider nicht beschweren. Mit dem Sieg wären wir safe schon weiter gewesen. Jetzt nächstes Gruppenspiel. Da kannst du es dann auf jeden Fall fix machen, das 8. Finale. Wenn euch der Stadionblock gefallen hat, wenn euch die Emotionen gefallen hat, wenn euch das Mitmachen gefallen hat, wenn euch die Atmosphäre gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, Kanal abonnieren und Blocker aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bedanke mich recht herzlich bei TFC für die Einladung in diese Lose. Wie immer, die ersten beiden Links in der Videobeschreibung zu TFC. Einmal für iOS, einmal für Android. Checkt es auf jeden Fall ab. Ich blende jetzt gleich nochmal meine Endergebnis-Challenge-Aufstellung ein. Ich glaube, so ganz schlecht stand ich auf jeden Fall nicht. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wo ihr am Ende gelandet seid. In dem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis dann. Nur der BVB, Freunde. Nur der BVB. Euer Toxi. Macht's gut. Tschüss.